Heute gehen wir auf den Weihnachtsmarkt, ja das wird ein schöner Tag. Viele bunte Lichter, fröhliche Gesichter und zum Schluss gibt's dann einen Schoko-Weihnachtsmann. Lecker, lecker, lecker. Viele bunte Lichter, fröhliche Gesichter und zum Schluss gibt's dann einen Schoko-Weihnachtsmann. Heute gehen wir auf den Weihnachtsmann. Ja das wird ein schöner Tag, viele bunte Lichter, fröhliche Gesichter und zum Schluss gibt's dann einen Schoko-Weihnachtsmann. Heute gehen wir auf den Weihnachtsmann. Wo? Applaus